Das kannst du nicht machen, nach all dem, was Stefan Victor angetan hat. Gary, du kannst den Vertrag nicht annehmen. Die Luft ist rein. Vielleicht sollten wir es ihr doch sagen. Ach, hinterher, Gary. Du kennst meine Mutter nicht. Die hätte tausend Wände und aber. Verdammt, wo hat sie sie nur versteckt? Mutter!